Yo, hi Freunde, in dem Video mal ganz kurz. Ich habe eben bei den lieben Fireworks & Balloons in der Instagram Story folgende Bilder gefunden. Das ist einmal dieses hier und das nächste. Sie haben leider eine sehr schlechte Qualität, aber es sind wohl zwei Neuheiten zu sehen. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich ja mal die anderen Batterien und Verbünde, die man jetzt hier im Umkreis so ein bisschen erkennt, vorstellen. Denn die wird es höchstwahrscheinlich, wenn es nicht zu einem Verbot kommt, wovon ich nicht ausgehe, wieder beim Video geben. So, da haben wir auf jeden Fall mal die Big Surprise, 51 Schuss, Effektlänge und Effekthöhe leider unbekannt, man erkennt es nicht, es ist zu schwach. 51 Schuss, ich denke mal es wird um die 20 Euro kosten. Dann, ein bekannter schon vom Vorjahr, die Goldfingers, 1190, 13 Schuss, selbe geht für die Stormy Flash. Dann im Hintergrund ein Verbund, den Celebrations Verbund, den Effekt kenne ich nicht, ich habe keine Ahnung von Verbünden, weil die mich nicht interessieren. Dann hier unten, 147 Schuss-Effektverbund, kann ich nichts zu sagen, ich weiß nicht wie er heißt, ich erkenne leider nichts. Und hier hat man noch einen mit 108 Schuss, glaube ich, im Hintergrund, der erkennt man leider auch nicht, denn die Qualität der Bilder ist leider sehr schlecht, das bitte ich zu entschuldigen. Aber es ist halt auch nur ein kleiner Leak und wir sehen immerhin zwei Neuheiten, eine hier und eine jetzt auf dem folgenden Bild. Das ist die Raptor mit 22 Schuss, wie es aussieht. Wie viel Effekt lang das ist, weiß ich nicht, ich erkenne es nicht ganz, ich muss raten, 312 oder so, sehr komische Zahl auf jeden Fall. Ja, das war es dann auch eigentlich schon wieder. Ich hoffe, jetzt wo das schon da ist, dass es in den nächsten Tagen dann endlich den Liedeprospekt gibt. Heute ist der große Tag, es ist gerade 0 Uhr geworden, oder kurz nach 0 Uhr jetzt schon. Und wir hoffen natürlich alle, dass es nicht zu einem Feuerwerksverbot kommt und wir am 29.12. richtig eskalieren werden. Dann bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zuschauen, lasst eine Bewertung da, ein Abo, einen Kommentar, sagt jetzt bitte nicht, dass das Video unnötig ist oder dass die Qualität scheiße ist. Ich kann nichts für die Bilder, ich wollte euch nur kurz darüber aufklären und dann bis zum nächsten Video. Ciao!